SEO-Tipps für Anfänger. In diesem Video habe ich einige wertvolle Tipps zur Verfügung gestellt, die besonders Anfänger ansprechen sollten, aber natürlich können auch gerne Fortgeschrittene zuschauen. Ist für jeden was dabei. Ich denke mal, besonders Anfänger haben große Schwierigkeiten bei der Suchmaschinenoptimierung, da überhaupt einen Einstieg zu finden. Es gibt so viele Wischiwaschi-Informationen da draußen und damit du eben nicht da einen zu steinigen Weg hast, habe ich hier einige wertvollsten Informationen mal zusammengestellt. Ich spaß damit. Tipp Nummer 1, du brauchst zuverlässige Wissensquellen und nein, Social Media ist in vielen Fällen nicht ein zuverlässiger Wissensquelle. Da kann natürlich jeder halbwegs anonym eng einen Rotz hinposten, dass beim Suchmaschinenoptimierung kann das relativ gefährlich werden. Da nur Leuten folgen, denen man auch wirklich dann Vertrauen schenken kann, habe in der Vergangenheit ein Video erstellt zum Thema SEO-Lernen. Da natürlich bekannt Personen auf Twitter zu folgen, wie eben John Müller zum Beispiel, ja das ist natürlich eine zuverlässige Quelle. Aber auch gerne Blogs, Podcasts, Videos, Bücher konsumieren, das ist ganz, ganz wichtig. Da möglichst viele Informationen als Anfänger aufzusaugen, ist extrem wichtig. Und auch zu guter Letzt natürlich auch ein Networking zu betreiben, ein Netzwerkaufbau mit anderen SEOs, wo man sich regelmäßig austauschen kann. Da kann man verdammt viel lernen, besonders für Anfänger ist das extrem wichtig, möglichst viele Informationen, möglichst viele Wissen am Anfang aufzusaugen, um das eben später in der Praxis testen zu können. Stichwort Praxis, ganz, ganz wichtig, du kannst noch so viel theoretisches Wissen haben, wenn du es nicht in der Praxis umsetzen kannst oder wirst, ja dann ist das ganze Wissen relativ wenig wert. Deswegen baue dir auch auf jeden Fall eigene Websites auf, wo du halt Testen, Testings durchführen kannst. Gerne mal Grenzen austesten, was erlaubt Google noch oder wo drückt Google noch beide Augen zu, Stichwort besonders im linkbildenden Bereich. Aber auch im On-Page-Bereich, wie viele Keyword-Dichte akzeptiert Google noch, was kannst du alles überoptimieren, Anführungszeichen, was geht noch durch und was nicht. Das kann man in der Theorie einfach nicht wissen, dafür musst du eben in eine Praxis reingehen und dafür eignen sich am besten eigene Websites, eigene Nischenseiten von mir aus. Niemals bei Webseiten irgendwelche Grenzen im SEO austesten, die von Websites, die deine Familie ernähren, die von Kunden-Websites da natürlich niemals irgendwas überoptimieren. Das ist natürlich nicht schön, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Auch besonders im Linkaufbau, in diesem Anfängervideo gehe ich nicht so stark auf Linkaufbau ein, weil ich finde, dass besonders Anfänger haben zu früh den Fokus auf das Linkbuilding, was auch einfach schön ist. Weil bei Linkbuilding kriegt man etwas zurück, bei der On-Page-Optimierung, da kriegt man zwar auch etwas zurück in Form von Rankings, aber es fühlt sich halt, man kann es gar nicht greifen. Du baust Backlinks auf und, ja, jetzt habe ich einen Link von der an der Webseite bekommen. Das ist für Anfänge besonders sehr, sehr verlockend, deswegen stürzen sich viele auch auf das Linkbuilding. Da ist auch ein großer Fehler, erst mal ein Fokus auf On-Page, deswegen kommt später noch ein paar Folien zum Thema On-Page-Optimierung. Wenn du Grenzen aussetzen willst mit eigenen Websites, ganz wichtig, teste da gerne mal verschiedenste Linkbuilding-Taktiken auch aus. Sei es die Gastartikel, sei es Linkbaits, aber auch gerne mal richtig Oldschool-Sachen wie Expired Domains, Forenlinks, Blog-Kommentare. Balle alles mal durch, auch wenn alle sagen, hey, das funktioniert, das funktioniert nicht. Ich kann dir auch sagen, zu 90% Wahrscheinlichkeit werden Forenlinks und Blog-Kommentare definitiv nicht funktionieren. Aber was bringt es dir, wenn du dieses ganze theoretische Wissen einfach nur blöd wiederholst? Teste es einfach mal selbst aus. Es gibt Fälle, die ich live schon erlebt habe von ganz, ganz schwachen Nischen, wo die Konkurrenz wirklich sehr, sehr schwach waren. Eine Webseite von 0 auf 100 gesprungen ist, die einfach mal 10, 20 Blog-Kommentare über Nacht aufgebaut hatte. Das ist alles schon passiert und deswegen teste es auf. Next one. Akzeptiere es, du kannst nicht alles. Einfaches Beispiel, ich will jetzt den SEO-Kumpel nicht namentlich erwähnen, aber es ist der einzigste Mensch, den ich auf der Welt kenne, der im SEO unterwegs ist und eigentlich fast alle Teildisziplinen kann. Er kann saugut schreiben, er kann programmieren, Frontend und Backend, alles super wunderbar, verschiedene CMS-Systeme, verschiedene Programmiersprachen, hat ja alles drauf. Er hat ein Gefühl für Design, das ist wirklich der Wahnsinn, aber was du ihm nicht antun kannst, ist, ich sag den Namen jetzt mal nicht, hey XYZ, ruf hier mal 20 Leute an, ruf hier mal 20 Publisher an, frag dir nach einen Link. Der wird 8 Stunden lang nur auf den Telefonhörer schauen und 100.000 Mal durchgehen, was alles passieren könnte, Negatives. Das wird er nicht schaffen und so sind wir eben Menschen. Wir sind mehr Spezialisten als Generalisten und das ist mit einer Suchmaschinenoptimierung auch schon der Fall. Das sind so viele Teildisziplinen, du kannst als SEO einfach nicht alles. Du kannst wahrscheinlich saugut schreiben, dafür kannst du die Technik nicht oder umgekehrt. Du hast dafür kein Gefühl für Design, kannst dafür saugeil programmieren. Denn das ist ganz normal und dafür muss man sich auch nicht schämen, so bin ich auch. Ich kann zum Beispiel auch wenig Gefühl für Design und kann auch wirklich nicht so wirklich gut programmieren. Was ich gemacht habe damals in einer ganz jungen SEO-Karriere, hey ich habe mir direkt Freelancer geholt, die eben sau fit sind in Programmieren arbeiten. Ich habe einen Freelancer, der im Bereich Design und so weiter hilft. Jetzt in der Agentur haben wir natürlich Mitarbeiter auch, die das alles übernehmen. Aber sich als SEO bewusst zu sein, besonders als Anfänger, da alles zu machen, alles zu versuchen, das ist der Wahnsinn. Das geht nicht. Deswegen, ich denke mal, Anfänger haben oftmals nicht so das Riesenbudget. Deswegen vielleicht bei Freelancer auf Fiverr nachschauen, auf Upwork etc. Gibt es ja ganz viele Plattformen, wo man sich einfach die Hilfe holen kann, die man vielleicht braucht, um beim SEO verschiedene Punkte angehen zu können. Und nein, und nein, und nein, du musst nicht als SEO Photoshop können. Das wäre totaler Wahnsinn. Deswegen, als SEO musst du besonders eins können und das ist, ja, Managen, Projektmanagement. Was braucht die Domain noch, um erfolgreich zu sein? Muss da noch irgendein geiler Blogartikel geschrieben werden? Muss noch irgendwas entsprechend mobile-friendly umdesignt werden etc.? Also da die Übersicht zu haben, das ist extrem wichtig als SEO und das unterschätzen viele Anfänger auch. So, kommen wir jetzt endlich mal zu den, ja, wirklich handfesten Tipps. Und zwar, der erste Tipp ist natürlich ganz, ganz klar, der Title-Tag. Absolute Basics, vernachlässigen Anfänger aus welchen Gründen auch immer ganz, ganz oft. Der Title-Tag ist somit das Erste und das Wichtigste überhaupt, was deine potenziellen Besucher über dich auf der Google-Suche, in der Google-Suche über dich erfahren. Der schöne, kleine, blaue Link, ein noch immer direkter Ranking-Faktor, wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Er sollte natürlich zum Klicken animieren, regelmäßig testen, ich habe noch ein Tool gleich vorbereitet hier, das Keyword, zu dem du ranken willst, das Main-Keyword, natürlich möglichst am Anfang bei den Titlen des Title-Tags stellen. Ganz wichtig, keine Title-Tags von irgendwelchen Konkurrenten abkopieren, keine Title-Tags, einfach sinnlos dahinrotzen mit irgendwelchen Keyword-Spams ausfüllen, auf gar keinen Fall. Der Title-Tag sollte aussagekräftig sein und ja, zum Klicken animieren. Also was erwartet den User, wenn er auf diesen Title-Tag draufklickt und da einfach die Neugierde zu wecken? Das ist eine wahre Kunst, einen wirklich klickstarken Title-Tag zu formulieren. So schwer muss es aber auch gar nicht sein. Es gibt tolle Anleitungen da draußen, unter anderem auf search1.de von der Kirsten Eitel, hatte ich in der Vergangenheit schon mal gezeigt gehabt. Ich zeige ihn gerne nochmal. Es werden hier Formeln dargestellt oder angezeigt, mit denen man relativ leicht einen schönen Title-Tag formulieren kann. Muss natürlich wahnsinnig auffassen, dass man keine Clickbaits generiert, also nichts im Title-Tag-Versprechen, was man dann auf der entsprechenden URL nicht halten kann. Also keine falschen Versprechen abgeben. Ich finde den Blogartikel halt sehr, sehr gut, weil es eben wirklich Formeln erbietet, wo man einen schönen Title-Tag erstellen kann, der zum Klicken animiert. Einfaches Beispiel ist für Online-Shops, zum Beispiel, wenn die eine Kategorie-Seite optimieren möchten. Stichwort Herrenschuhe. Große Auswahl der Herrenschuhen. Möglichstes Keyword am Anfang, also Herrenschuhe, Doppelpunkt. Große Auswahl. Vom Test-Sieger, YYZ, besonders gut für deinen Fuß, etc. Also bei Shops gerne USPs direkt in den Title-Tag mit reinbauen. Bei Blogartikeln, die können natürlich ein bisschen mehr klickfreudiger formuliert werden. Beispiel hier Überschriftenformeln. Das Keyword möglichst am Anfang. Mit diesen Überschriftenformeln wird jede Überschrift dir gelingen. Einfaches Beispiel jetzt aus dem Hut gezaubert. Kann man wahrscheinlich noch deutlich besser formulieren. Aber dass einfach der Nutzer, wenn er deine Überschrift, deinen Title-Tag liest in den Google Serbs, dass er einfach gar nicht drum herum kommt, der muss draufklicken. Also er muss so neugierig gemacht werden, dass er draufklickt. Und wenn er auf deine Seite drauf geht, da muss er auch wirklich entsprechend die Antworten finden, die er eben halt sucht. Es gibt diverse Serbs-Snippet-Generator, wo man sich einfach mal anschauen lassen kann, wie wird denn, wenn ich den Titel so und so formuliere, wie wird der denn in der Google-Suche dann entsprechend erscheinen? Wie wird das denn aussehen? Das ist ziemlich nützlich. Ich empfehle immer den von Systrix. Es gibt auch von Riot und auch von 20 Millionen anderen Websites da draußen. So Serbs-Snippet-Reviews, sag ich mal, oder Generators. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich, weil natürlich der Title-Tag ist natürlich limitiert nach Pixel-Anzahl, genau wie die Metascription da unten. Metascription ist kein direkter Ranking-Faktor der Title-Tag auf jeden Fall. Und hier auf jeden Fall ein bisschen spielen, zu schauen, hey, wie sieht denn der Title-Tag aus? Ist der zu lang, den ich mir überlegt habe, oder eben nicht? Das erspart einen natürlich auch ein bisschen Ärger, weil Title-Tag ganz, ganz wichtig. Auch Google schaut sich den Title-Tag von deinen Seiten ganz, ganz genau an und Google entscheidet sehr, sehr schnell. Wenn der Title-Tag nicht so gut ist, dann nehmen sie einfach irgendeinen anderen Ausdruck aus deiner Webseite, formulieren irgendwelche Begriffe vielleicht um, irgendwelche Informationen, die du vielleicht gar nicht in den Title-Tag stehen haben willst. Wenn Google dir einen Title-Tag generiert, ist der meistens auch nicht so klickstark. Und hier finde ich das Tool Zipi sehr, sehr interessant. Das ist eine offene Beta, aktuell kann man kostenlos nutzen, wo man seine Webseite einträgt, mit der Google Search-Konsole verbindet. Und die schauen hier zum Beispiel, weil jetzt hier Future Snippets hier auf unserem Blog-Artikel oder Wiki-Artikel, die vergleichen die Top 10, welche Begriffe haben oder fehlen uns in unserem Title-Tag. Also hier wird versucht eine Brücke zu schlagen, hey, der Title-Tag, da fehlen Informationen, die deine Konkurrenz hat, du aber nicht. Also ganz, ganz wichtig ist, auch einen Title-Tag regelmäßig zu testen. Er ist halt super einfach zu beeinflussen. Es ist halt deutlich schwerer, irgendwelche Lagerzeiten perfekt zu optimieren, irgendwelche Backlinks, hochwertigen Backlinks aufzubauen. Das ist meistens deutlich schwerer. Ein Title-Tag ist super easy anzupassen. Und das ist mit einer größten Stellhebel, den SEO-Anfänger sofort angehen sollten. Da finde ich Zipi extrem nützlich, weil die zeigen dir, hey, was fehlen denn noch an Keywords in deinem Title-Tag vielleicht? Was für Buzzwords solltest du mal einbauen? Du kannst den Title-Tag entsprechend anpassen und dann schaust du nach einem Monat, hat das was gebracht oder nicht? Also es ist auch zeitgleich so ein kleines Testing-Tool, ob du eben mehr Klicks generieren konntest mit der Title-Tag-Änderung für zum Beispiel diese URL oder war das vielleicht ein negativer Impact? Also wunderbar, das Tool werde ich auch auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Google möchte Diversifikation in den Top 10 haben. Ganz oft schon gesehen, dass ja Anfänger einfach nur versuchen, die Konkurrenz eins zu eins zu kopieren. Da wird auch der Title-Tag und die Metascription kopiert oder nur ganz leicht umgeschrieben. Da fehlt halt völlig der Mehrwert. Also warum, wenn die Top 10 schon diese Informationen stehen, warum sollte Google dann deine neue Seite mit in den Top 10 aufnehmen? Da gibt es doch schon zehnmal das Gleiche gefühlt. Und Google möchte natürlich Diversifikation haben. Also sprich, du musst Content erstellen, der wirklich etwas Neues bietet, der nicht komplett crazy neu ist, auf gar keinen Fall, dann hast du das Thema verfehlt, aber schon einen erheblichen Mehrwert darstellt gegenüber deiner Konkurrenz in den Top 10. Einfaches Beispiel, du baust ein Interview ein, du baust ein Audio-File ein, ein Podcast-Interview zum Beispiel. Außergewöhnlichen Grafiken, Studien etc. Irgendwelche Erhebungen, wissenschaftliche Studien sind natürlich gern gesehen, weil die untermauern natürlich auch deine Aussagen. Und wenn du dann diese Studie noch erhoben hast, also du bist der Urheber von solchen wissenschaftlichen Arbeiten, also wissenschaftlichen Anführungszeichen natürlich, das ist ein extrem hoher Mehrwert, den eben deine Konkurrenz auch nicht so leicht kopieren kann. Deswegen wird Google das oftmals auch belohnen. Ganz, ganz wichtig. Google gibt natürlich selbst auch Tipps für Content, der sehr gut rankt. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Es gibt von Google selbst ja eine Art Frageliste, das werde ich in den Schaumern auch verlinken, habe ich in der Vergangenheit schon mal gezeigt, die du deinem Content stellen musst sozusagen, damit du beweisen kannst oder kontrollieren kannst, ob der wirklich die bestmögliche Qualität hat. Also ein einfaches Beispiel bietet dein Content oder die Inhalte wesentliche, vollständige oder umfassende Beschreibung des Themas. Also ganz oft passiert es, dass man das Thema ja nicht allumfassend beschreibt und einfach unter Themen vergisst. Wenn du zum Beispiel einen bekannten Dichter irgendwelchen Text optimieren möchtest und zu diesem Keyword den Namen des Dichters zum Beispiel vorne ranken möchtest, vergisst aber die Hälfte seiner Werke und die Konkurrenz hat allumfassend alle Werke dargestellt, ja dann wirst du natürlich nicht ranken, weil du das Thema verfehlt hast oder nicht komplett getroffen hast. Ist natürlich ganz, ganz klar, welchen Schaumern uns auch verlinken. Diese Frageliste, ich habe es in der Vergangenheit schon mal gezeigt gehabt. Deswegen, wir bleiben beim Content und Google wird immer besser darin, die Suchintention, den Search-Intent der Suchenden zu bestimmen. Also Google weiß sehr, sehr gut mittlerweile eigentlich, wenn ein Suchender ein bestimmtes Keyword eingibt, dann weiß Google, ah, der User möchte Werbung haben oder möchte eine Transaktion ausführen, möchte etwas kaufen, möchte das downloaden oder möchte einfach erstmal eine Information haben. Also ich spreche die berühmt-berichtete Customer Journey, die weiß Google mittlerweile auch sehr zu schätzen und zwar über die Suchintention, was will der Suchender haben, wenn er eben Schuhe kaufen eingibt. Relativ einfach, er möchte Schuhe kaufen. Aber was möchte er für Informationen haben, wenn er sagt, Schnürsenkel, meine Schuhe gehen kaputt. Ja, was möchte er dann haben? Möchte er dann einen Online-Shop haben, der ihm neue Schnürsenkel verkauft oder will er erst einen Blog-Artikel haben, der ihm zeigt, wie man Schnürsenkel repariert. Das ist natürlich extrem anspruchsvoll und Google wird immer besser darin, da die perfekte Search-Intent herauszufinden, zu bestimmen und du wirst mit deinem Content nur gut ranken, wenn du ebenfalls diesen Search-Intent triffst und den Beispiel Schnürsenkel, wenn du nicht weißt, was denn Search-Intent da ist, schau dir unbedingt die Top 10 an. Sind da mehr Blog-Artikel, die ja Informationen darstellen oder sind das eben Online-Shops, die dann, ja, die auch Schnürsenkel direkt verkaufen wollen. Also diese Informationen, die musst du dir unbedingt holen und da gibt es auch einen spannenden Atreus-Blog-Artikel, den ich dir kurz mal zeigen möchte. Und man muss sich so ein bisschen vorstellen, der Search-Intent, der wird in verschiedene Arten unterteilt. Google sagt dazu, go, do, no, ist ein bisschen sperrig. Google-Artikel, mittlerweile hat sich so in der SEO-Welt stellenweise durchgesetzt, dieses Informational-Getrieben, Navigations-Getrieben und Transaktional-Getrieben. Jeder kocht da so ein bisschen sein eigenes Süppchen, aber das ist relativ vereinfacht. Also sprich Informational, er möchte Informationen finden. Die können oftmals anfangen mit, hey, was ist, wie kann ich, Guide, Tutorial, Tips, etc., wie kann ich mir, etc., was tun bei Bauchschmerzen. Also das ist alles informationsgetrieben. Der Nutzer fragt die Google-Suche, hey, ich habe hier ein Problem, bitte hilf mir, wie kann ich dieses lösen. Und dann weiß Google, okay, oftmals sind das dann irgendwelche informationsgetriebenen Search-Intent. Nicht nur Blog-Artikel, nicht falsch verstehen, das können natürlich allgemeine Artikel sein, das können auch Unterseiten sein, die aber nicht werblich geschrieben sind, sondern ganz klare Informationen den Suchenden liefern, so wirst du deine Bauchschmerzen los. So reparierst du deine Schnürsenkel. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du hier anfängst und sagst, ja, Schnürsenkel, schwierig zu reparieren, hier, kauf die besser mal hier, hier ist unser Online-Shop, dann wirst du dazu nicht ranken, weil du versuchst einfach Werbung zu verkaufen, du versuchst etwas zu verkaufen. Das will aber der Suchende gar nicht, der will wirklich die Lösung haben. Das ist extrem wichtig. Auch die beiden anderen, navigationsgetrieben, ist relativ einfach, wenn ich zum Beispiel eine E-Mail herausfinden möchte zu irgendein Online-Shop oder ein Kontaktformular, möchte etwas zurückgeben, also irgendwas mit dem Brand kombiniert, Ikea-Rückgabe zum Beispiel, Möbel-Rückgabe, Billy-Regal, I don't know. Das ist natürlich navigationsgetrieben, transaktional getrieben ist, ja, oftmals, ich möchte etwas kaufen, ich möchte etwas downloaden, ich möchte etwas, eine Handlung ausführen, sei es auf einem Online-Shop, sei es irgendwie auf einem Blog, auf einem Magazin, etc., irgendwas downloaden, etc. Das sind transaktionsgetriebene Search-Intense und die musst du alle treffen und das ist aber relativ einfach, schau dir die Top 10 bei Google an, solche Tools wie Systrix, etc., wie Ahrefs, wie SEMrush, etc., die helfen natürlich auch, da den Search-Intense zu bestimmen, die haben mittlerweile auch Filter, wo man sich das anzeigen lassen kann, aber auf Nummer sicher gehst du immer, wenn du die Top 10 bei Google anschaust. Ja, die Top 10 bei Google ist so ein bisschen wie die Musikcharts, es gibt es vielleicht ab und zu mal ein paar Dauerbrenner, aber es ist sehr, sehr viel Bewegung da, mal kommt die Seite nach vorne, mal ist da der Search-Intent besser getroffen, etc. Und es ist immer sehr, sehr viel Bewegung da und einer der größten Fehler ist überhaupt, einfach nur Content zu veröffentlichen und dann nichts zu machen. Wenn da Content veröffentlicht wird, zu dem du ranken willst, dann musst du auf jeden Fall erstmal schauen, hey, wie kommt denn überhaupt an? Reicht es bis in die Top 10 schauen oder passe ich dann nur auf Platz 20 dann? Also hier auf jeden Fall schauen, was macht die Konkurrenz, wie kann ich den Content jedenfalls erweitern oder jedenfalls sogar kürzen, um eben den Search-Intent bestmöglich zu treffen und ja, möglichst viele Leute damit anzuziehen und dann natürlich entsprechend bei Google die besten Rankings zu erreichen. Deswegen Content regelmäßig aktualisieren, überwachen, was schreibt die Konkurrenz, wie erweitern die den Content oder kürzen gegebenenfalls und natürlich Tools wie Surfer SEO oder Terminal SEO, solche TF-IDF-Tools helfen dir natürlich dabei auch, damit du analysieren kannst, hey, was für Begrifflichkeiten hat die Konkurrenz denn in den Top 10 noch in oder welche Terme haben die in ihren Inhalten verwendet? Hast du vielleicht das Thema verfehlt oder nicht ganz getroffen, dass du hier einfach schauen kannst, was für, ja, was, wie kann ich denn meine Inhalte noch besser optimieren, um halt eben wirklich in den Top 10 und bestmöglich natürlich in die Top 3 reinzukommen. Die Keyword-Recherche, absolute Basics, aber das ist so extrem wichtig, dass ich das hier unbedingt nochmal aufnehmen wollte und natürlich auch das URL-Mapping sehr, sehr wichtig, wenn ich denn eine Keyword-Recherche durchgeführt habe. Das ist extrem wichtig, auch regelmäßig eine Keyword-Recherche zu machen. Es kann immer wieder sein, dass neue Trends aufkommen, dass neue Themen es gibt, Stichwort NFT zum Beispiel oder die ganze Bitcoin-Gedöns, das ist natürlich immer im Wandel, auch wenn du in einer relativ konservativen Branche und Nische unterwegs bist, kann es trotzdem sein, dass neue Trendthemen einfach aufkommen, das Suchvolumen verändert sich, das Suchverhalten der Nutzer ändert sich auch regelmäßig. Deswegen, Keyword-Recherche ist extrem wichtig, auch die regelmäßig gerne zu machen. KW-Finder, Systrix, Ahrefs sind alles klasse Tools, mit denen du eine Keyword-Recherche durchführen kannst. Natürlich auch die URL-Mapping ist extrem wichtig, da eine Übersicht zu haben von deinen bestehenden URLs und da natürlich auch gerne eine Keyword-Map zu haben, zu wissen, hey, wo soll welches Keyword auf welche URL beantwortet werden? Das ist extrem wichtig, da die Übersicht zu haben und das geht zum Beispiel gut mit Xmind, aber auch natürlich mit dem Screaming Frog, wo ich mir einfach die bestehende Seitenarchitektur visualisieren kann. Ich zeige einfach mal Xmind-Map, so als Beispiel, ich kann das jetzt nicht so groß machen, weil dann würde ich so ein paar Daten eines Kunden verraten, deswegen mache ich es immer so ganz klein. Es geht nur darum, dass du einfach siehst, das ist eine Mind-Map, eine Keyword-Mind-Map mit der bestehenden Seitenarchitektur, da haben wir einfach so gemacht, dass wir die Webseite in der Mind-Map nachgebaut haben, jeder Punkt stellt ein UL dar und dass wir einfach da auch die Architektur der Webseite dargestellt haben. So können wir sehr, sehr schnell sehen, ah, hier die Oberkategorie wird auf das Keyword optimiert, da die Kategorie 1 weiter wird auf das Keyword optimiert. Hier in Rot gibt es Unterthemen, die noch nicht auf Keywords optimiert sind. Können wir die optimieren oder sollen wir die auf nur Index setzen? Also man kann wunderbar mit so einer Übersichtsmap arbeiten. Bei größeren Websites geht man eher in Clustern, also beispielsweise einen Shop, der 10.000 Kategorien hat, da eher dann nach Kategorien Clustern arbeiten. Man kann natürlich keinen Shop darstellen, jeder Einzelne mit, das würde die Xmind-Map denke ich mal etwas sprengen, deswegen dann hier eher in Clustern arbeiten. Hol dir Hilfe? Beim On-Page-SEO, ganz, ganz wichtig bei On-Page-Optimierung. Das wäre der Wahnsinn, wenn man einfach ohne Tool arbeiten würde. Klar, man muss immer kritisch hinterfragen, was die Tools einen für Informationen auswerfen oder für mögliche Fehlerquellen, das ist natürlich klar, aber ohne die Rohdaten gezogen zu haben von der Webseite, ist das Ganze wie im Blindflug und da kann man es eigentlich auch direkt sein lassen. Das ist extrem wichtig bei der On-Page-Optimierung, damit Tools zu arbeiten, mit denen du am besten arbeiten kannst, das ist auch sehr, sehr wichtig. Wir persönlich in unserer Agentur kommen mit manchen Tools einfach nicht klar, weil sie bei jedem Crawl neue, angebliche Fehler finden, die einfach nicht existieren. Deswegen, wir haben uns auf drei Tools so ein bisschen eingeschossen, Screaming Frog, Sidepipe und Seobility. Das sind so die Tools unserer Wahl. Jeder hat so seine andere Präferenzen. Systrix hat auch ein On-Page-Tool, Atrefs, SEMrush, wie sie alle heißen, alle okay. Wenn du damit klarkommst, dann go for it. Hauptsache, du hast überhaupt deine SEO-Tools, mit denen du die On-Page-Analysen fahren kannst, als andere, ja, wie gesagt, wäre der absolute Wahnsinn. Letzter Punkt, Google verzeiht viel. Ich wollte eigentlich schon sagen, mach dich nicht verrückt. Man kann sich natürlich total bekloppt machen mit den Lagerzeiten. Von 0,3 Sekunden auf 0,28, 9 Sekunden, da kann man so viel noch optimieren, aber je besser eine Webseite schon optimiert ist, desto schwieriger wird es natürlich und desto seltener wird es auch belohnt von Google. Also Google sagt, ab einer gewissen Grenze an Lagerzeiten, wenn du da drüber bist, dann wird es schwierig mit den Rankings, aber wenn du da drunter bist, dann sind eigentlich gute Rankings gar kein Problem, weil du musst natürlich Inhalte auf deiner Webseite haben, die auch entsprechend schön sind oder ansprechend sind für deine Nutzer und dadurch geht automatisch ja auch die Lagerzeiten hoch. Also nur ein Blain-Text, nur eine Textwüste da hochzuladen, ohne Bilder, ohne Abwechslung, dann liest es keiner und dann werden auch keine Rankings kommen. Irgendeine Textwüste hat heutzutage keiner mehr Bock zu lesen. Deswegen ist hier ein schmaler Grad zu gehen. Ab einer gewissen Zeit braucht man die Lagerzeiten in den seltensten Fällen noch anzugehen. Es sei denn, du bist eine Agentur und willst deinen Kunden irgendeinen Scheiß aufschwatzen, dann mach das von mir aus. Aber letzten Endes werden sich die Rankings dadurch nicht verbessern. Deswegen gibt es so eine Faustregel, die ist jetzt super schwierig, da was zu sagen. So ein Blogartikel, Informationsgetrieben, ein paar Bildchen, ein schöner Text, sage ich mal. Da sollten Seiten auf jeden Fall versuchen, bestmöglichst maximal mit 1,4, 1,3 Sekunden zu laden. Besser ist natürlich unter eine Sekunde. Bei Shops sieht es oftmals ein bisschen anders aus. Viele Bildchen, viele Informationen, die noch mitgeladen werden. Da sind so 2 Sekunden eine Schmerzgrenze, gerne auch tiefer. Es hängt vom System ab. Wir haben auch wunderbare Rankings schon erreicht für Kunden, wo man eben die Lagerzeiten nicht noch mehr optimieren konnte, die halt über 2 Sekunden schon lagen und trotzdem super gute Rankings erreicht haben. Eine große rote Flagge ist oftmals, wenn eine Seite wirklich merklich, also wenn du als User draufgehst und einfach merkst, hey, da passiert einfach nichts, guckst auf die Uhr, hey, sind schon 20 Sekunden vorbei, die Seite lädt immer noch nicht, da ist natürlich eine große rote Flagge und dann musst du da auf jeden Fall was machen und generell gilt es, solche Dinge, die im Netz schwirren, wie zum Beispiel Text-to-Code-Ratio, HTML-Markups, das sind so ganz kleine Stecknadeln, sage ich einfach mal, bei der Suchmaschinenoptimierung, die so gut wie gar keinen Impact haben und klar, als Anfänger weiß man das gar nicht und dann optimiert man Dinge, die eben, ja, einfach nichts bringen. Das ist halt sehr, sehr schade, da ist es halt einfach für die Praxis, die einem die Erfahrung bringen und nicht nur das theoretische Wissen. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Es gibt natürlich auch Grenzen, bei Google verzeiht viel, es gibt die Grenze der Crawlbarkeit, also wenn Google deine Webseite nicht einwandfrei crawlen kann, zum Beispiel, sind die Leitzeiten, wie anfangs erwähnt, viel zu hoch, das extrem schlecht natürlich oder es gibt dynamisch generierende URLs, also immer wieder gibt es neue URLs, die aber überhaupt gar keinen, gar keinen Mehrwert haben, also thin Content zum Beispiel, solche Probleme auslösen, dass eine große Anzahl auf deiner Webseite vorhanden ist, dann hast du definitiv ein Problem und dann verzeiht Google gar nichts mehr, dann kannst du deine Rankings abschreiben. Ja, das war es auch schon mit dem Video, ganz, ganz viele SEO-Tipps für Anfänger. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann gerne ab damit in den Kommentarbereich. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video, hau rein, mach's gut, ciao.